dann ist noch eins glück auf sitz auf auch mal wieso geht es nicht so auch gerade was willst du eigentlich ich wollte jetzt ob ich nicht nicht wieso links als wenn da gerade aus steht bei ich sehe es ja mann 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 ich hab was geschafft schlage die zeit machen wir schnell ich will diesmal fahrt du willst dieses mal fahren ja wo sind denn hin eigentlich fahr weiter vor jetzt go 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 was ist denn hier los was soll der straße entlangfahren über irgendein rest kümmere ich mich keine panik hier fahrst du es teil 20 ist es dann man hat nur noch keine rechte gekauft von mir natürlich wusste mal ein bisschen mehr ich merke schon wort war sagt was zum fick jetzt wusste ich in der runde ein bisschen beilen damit wird es noch schaffen das wird knapp mhm o schafft man immer was war bis wir müssen und wir sollen dann versuchen wir es noch mal steigst du schnell aus? ich fall dich noch ein bisschen näher hin ibi di pi di 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 auf die plätze fertig, Joosh Lass den Boost voll werden ja ich dachte ich weiß aber nicht wieso ich gerade gedrückt hab jawohl was macht er was macht er Alex was macht er ja zieht durch was wird denn er ja schon wieder ein nix gegen Mr. Torque was ist dann er für ein Platz ist der dann erster Mr. Torque macht nicht mit aber er ist badass kann denn jemand behaupten das Badass wenn er bei einem Badass-Turnier nicht mehr mitmacht what the fuck da war nix ja da war nix das könnte man auch schaffen gib Gas was da war nix sowas kostet uns dann die Zeit ey fahr schreck drüber fahr schreck einfach geradeaus weiter und jetzt Gas geben Boost 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 meine Fresse ich wollte wieder Boost drücken aber dann ist er Höhe ja da geht der Boost aus das war ja okay das nächste ist wieder ist halt das gleiche nochmal aber sicher das ist das gleiche nochmal ist weil das ist jetzt echt krass was ist das 1 auf 1,45 müssen wir das jetzt schaffen ja versuchen warte fahrst du du bist besser ich kann es mal try and not bad Alex not bad erstmal ja als Schützer einsetzen schaffen wir das schaffen wir das was heißt das Level 50 also ob man best ist wenn man Level 50 ist also empfahre ich jetzt wieso klingelt bei mir immer jemand sobald ich in der Aufnahme bin weiß ich nicht und er klingelt nochmal gut dass ich Zeit hatte runter zu kommen das kann sein das kann sein was soll ich denn machen was soll ich denn machen das geht von der zeit her nicht doch das geht believe me es wird funktionieren hoffen also es die runde wird kann sein ja du hast ja 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 das wird nichts mehr Das wird nix mehr Das wird nix mehr Das wird nix mehr Ich künder gleich wieder, Ricky Ich mach gut Das wird nix mehr Abwechern Das wird nix mehr Das wird nix mehr Der Das wird nix mehr Ihr seid hier, weil ihr die größten Badasses auf Tanzora seid. Schnappt euch schnappen und fragt an, euch gegen das ist okay. Schnappt euch schnappen. Schnappt euch schnappen. Ich habe schon einen Plan, wie es funktionieren könnte. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Du musst an jeder Scheißstelle abkürzen, so wie es geht. Ja, das könnte funktionieren. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Das ist, wenn man von da oben kommt, dann hier rechts rein fährt, ob das abkürzt. Ich glaube nämlich schon. Jetzt mal schauen. Fährst du hier rein. Du boostest dann. Ja, das kürzt tatsächlich ab. Du brauchst halt für beides einen Boost. Ja, okay, versuchen wir es nochmal. Jawohl. Skriechen. Skriechen. Och. Ja. Ja, ich bin Babys. Ja. Du bist. Ja. 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 ich brauche den boost für die sprungschanze haben wir ein paar sekündchen gut gemacht das wird wieder nix zehn sekunden von hier bis davor geht einfach nicht wie könnte man nicht hier noch abkürzen das könnte man mal versuchen oder baby ja was kann man denn nicht alles ausprobieren jetzt muss ich schnell aufs handy schauen so eben wohl der windows vista support eingestellt so aber jetzt noch mal what the fuck verpisst euch okay so kann man auf jeden fall schon mal nicht abkürzen das geht auf jeden fall gar nicht nehmen gut dass ich das auch weiß okay verkackt schon wieder das gibt es nicht ach warte mal man muss bei dem rennen hier gar ach lol ich oder ich glaube man muss durch den checkpoint ja gar nicht das heißt da kann man auch wieder abkürzen das finde ich ja mal mega geil okay dann schreiben wir das ganze jetzt noch mal ich will das schaffen ich will das schaffen hier hätte ich vielleicht die abkürzung nehmen sollen verdammt dann hätte ich jetzt ein paar sekunden mehr ja ja nein war es okay verschissen doch man muss durch das ding ach schade wäre zu geil gewesen 46 sekunden das schafft man niemals eine runde dauert länger als 46 sekunden vor allem wenn dann wieder sowas passiert ne dann packst du dich halt komplett weg man muss halt an den richtigen stellen einsparen vielleicht hier ja theoretisch würde das hier gehen weil dann sind diese huggeln nicht da hm what the fuck ich lag schon wieder so das ganze nochmal versuchen irgendwie muss man ja die zuschauer unterhalten während der alex nicht da ist warte fack da war einfach keine kante ne und sich hat es aber so weg weg schon wieder da war kein what the fuck du schaffst das das kann man schaffen während der diese fucking verpackten hitboxen nicht ey schon wieder hui jetzt wird es mich interessieren ob es auch reicht wenn man wirklich an der äußersten kante von dem checkpoint vorbeifährt weil dann könnte man wieder eventuell ein bisschen zeit gut machen mit c Bullshit So, jetzt muss ich mir aber schon die Karte anschauen Also, du kannst theoretisch festzuhren Dann hier, dann hier, schräg, gut gemacht Dann hier, zack, geradeaus weiter, geradeaus durch, zack Und dann hier runter und dann bist du wieder da Hier durch, zack Wo kann man denn noch abkürzen? Was ist denn eigentlich da hinten? Da kann man den ganzen Spaß entgehen Aber ich glaube, das kostet eher mehr Zeit Wenn ich das jetzt schon sehe mit den Skulls Wenn ich jetzt hier fahren würde Ja, da wäre es, glaube ich, tatsächlich produktiver, wenn man hier langfährt Stimmt, ja Hm Dann fährst du hier lang Hier durch Schreck Und dann hättest du dich wieder umgehauen Das gibt's nicht Okay, dann würde ich mal sagen Machen wir hier einen kleinen Cut rein, damit der Alex noch Bescheid weiß beim Schneiden Bis der Alex, der da ist, bis gleich Fahren wir jetzt nach Ah, warte Nach Southern Raceway Erstmal mit der Hauptmission Also ich hab's jetzt nochmal ein paar Mal versucht, bevor ich die Abmod gemacht hab Echt? Ohne Erfolg, wie du vielleicht gesehen hast Ja Preisen Ich würde die Hauptmission heute auf 2 Stunden begrenzen Jetzt haben wir noch ungefähr 20-30 Minuten in die Richtung noch Und die Klammer? Du musst fahren Und die Klammer